TEE. Dieses Symbol komfortablen Reisens innerhalb Europas ist heutzutage im ICE-Zeitalter bereits eine Legende, deren Geburtsstunde bis in die 50er Jahre zurückreicht. Die Grenzen Westeuropas wurden schon bald nach dem Krieg offener und der grenzüberschreitende Verkehr wuchs erheblich an. Trans-Europa Express hieß ab 1957 die Zauberformel einiger Bahnverwaltungen, die mit neuen hochwertigen Zügen auf den zunehmenden Straßen- und Luftverkehr reagieren wollten. Die DB entwickelte für den TEE-Verkehr einen sehr komfortablen Erster-Klasse-Triebwagen, den VT 11-5. Diese eleganten, rot-beige-farbenen Dieseltriebzüge waren der Stolz der Deutschen Bundesbahn. Sie durcheilten als Trans-Europa Express die wichtigsten Regionen der Bundesrepublik. Der deutsche TEE-Triebwagen VT 11-5 entstand als Gemeinschaftsentwicklung des BZA München mit den Firmen MAN, Linke Hoffmann-Busch und Wegmann. Die siebenteilige TEE-Garnitur wird durch zwei Motorwagen an den Zugenden angetrieben. Die Motorleistung beträgt insgesamt 2200 PS. Die Höchstgeschwindigkeit 160 kmh. Zwischen den Motorwagen liefen im TEE-Verkehr zwei Abteile und ein Großraumwagen, ein kombinierter Barspeisewagen sowie ein Küchenwagen mit Speiseraum. Die Wagen sind kurzgekuppelt und besitzen spezielle Drehgestelle. Bei der DB ist nach Beendigung des VT 11-5-Planeinsatzes im Jahre 1988 nur ein Triebzug dieser Gattung beim Betriebswerk Hamm erhalten geblieben. Im BW Hamm beobachten wir die beiden Lokführer Heiko Berkemann und Wolfgang Grewe bei den Vorbereitungen zu einer Sonderfahrt, die den stolzen Triebwagen über einige der ehemals typischen VT 11-Strecken führen wird. Die letzten Reparaturen ausgetragen sind? Ja. Ja, Festhaltegriff haben sie erneuert. Was ist mit der Induzi? Induzi? Ja, Induzi haben sie den Magneten getauscht. Na, kann ja nichts mehr passieren. Ne. Einspritzpumpe war auch eingetragen? Einspritzpumpe war auch. Ist auch erledigt, ja. Verschraubung war das. Aha. Na prima. Sämtliche in den Störungsbüchern des Triebwagens 601-019 eingetragenen Defekte sind beseitigt. Es kann losgehen. 601-019, das ist übrigens die seit 1968 gültige EDV-Nummer des VT 11-50-19. Während der Stillstandszeit muss der Triebzug ständig an der Energieversorgung angeschlossen sein, um das Kühlwasser in den Motoren ständig auf mindestens 30 Grad Celsius zu halten und um die Batterien zu laden. Der Fremdanschluss muss jedoch die Anschlussweite 380 Volt 200 Ampere besitzen. Als der VT 11-5 im TEE und IC Dienst fuhr, gab es solche Anschlüsse in den Heimatbetriebswerken sowie in München, Köln, Haltingen, Darmstadt und Hannover. Muss ein Triebzug ohne Fremdeinspeisung abgestellt werden, muss ein Hilfsdiesel laufen, der ständig überwacht werden muss. Die Fremdstromleitung ist abgehängt. Nun wird der 300 PS starke Hilfsdiesel des Motorwagens für die Stromversorgung des Zuges angelassen. Vor dem Starten des Motors wird natürlich der Ölstand geprüft. Der ist okay. Vorglühen und dann kann der Anlasser betätigt werden. Der Hilfsdiesel treibt einen Drehstromgenerator an, der den benötigten Strom in das Bordnetz einspeist. Nachdem der Hilfsdiesel gestartet worden ist, wird er langsam auf seine Betriebsdrehzahl von 1500 Umdrehungen pro Minute gebracht. Dabei erzeugt der angeflanschte Generator Drehstrom von 380 Volt und 50 Hertz. Der Hauptschalter wird eingeschaltet und der unter Last laufende Hilfsdiesel nachgeregelt, bis er wieder mit 1500 Umdrehungen läuft. Für die Stromversorgung des Zuges werden beide in den Motorwagen angeordneten Hilfsdiesel mit den dazugehörenden Generatoren benötigt. Während Lokführer Berkemann mit der vorderen Anlage beschäftigt ist, wird Wolfgang Grewe die hintere Anlage in Betrieb setzen. Bevor hier der Hauptschalter eingelegt werden kann, muss Phasengleichheit mit der schon laufenden ersten Anlage erreicht werden. Dies geschieht manuell mit Hilfe von Synchron-Leuchtmeldern in Hell-Dunkel-Schaltung. Letztendlich arbeiten 600 PS für die Stromversorgung des Zuges. Jetzt können die Hemmschuhe entfernt werden. Der Fahrmotor befindet sich jeweils im Vorderteil des Triebkopfes. Vor dem Starten wird natürlich auch hier der Ölstand kontrolliert. Auch beim Fahrmotor muss nach der Ölstandskontrolle auf augenscheinliche Mängel geachtet werden. Dann wird mit Hilfe des Anlassschalters der Motor gestartet. Nachdem die Schmieröl-Vorpumpe die Maschine geschmiert hat, wird der Dieselmotor vom Anlasser durchgedreht und auf Zünddrehzahl gebracht. Der Lüftermotor läuft jedoch erst mit geringerer Drehzahl, da das Kühlwasser seine Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat. Die Schmieröl-Vorpumpe de Schmieröl-Führlehrleht Die Maschine des hinteren Motorwagens wird vom entgegengesetzten Führerstand gestartet und auf Parallellauf überprüft. Nach knapp einstündigem Vorbereitungsdienst steht die gesamte VT11-Einheit bereit zur Ausfahrt in den Bahnhof. Mit der 13 der 28 305 in Gleis 631 fertig zum Bahnsteig. Beim Verlassen des Hammer-BW-Geländes trifft der TEE-Triebzug auf zwei weitere markante Fahrzeuge aus den 50er Jahren. ET-30014, ein elektrischer Triebwagen für den Nahverkehr im Ruhrgebiet. Und V200-033, eine Vertreterin der bekanntesten DB-Diesellok-Type. Hallo, Manfred. Wo fahren wir denn heute wieder hin? Wir wollen heute nach Gammels-Beitenkirchen. Glückwunsch. Da grüßen wir die Berge. disgeheim-Beitenkirchen-Kirchen-Kirchen. Auf dem Weg in den Süden eilt unser VT 11-5 über Hagen-Wuppertal der Rheinstrecke zu. Im Gegensatz zu den im Jahre 1972 zu Ende gegangenen TEE-Einsätzen ist die Hammer-Einheit im Sonderverkehr meist als zehnteilige Garnitur unterwegs. Wir befinden uns inzwischen auf der rechten Rheinstrecke hinter Bonbeul. Mit vergleichsweise gemächlichen 120 kmh zieht die Landschaft vorbei. Kurz hinter Neuwied überquert Gesellschaft Sonderzug 28305 den Rhein, um auf die linke Rheinseite zu wechseln. Bei Braubach begegnen wir dem Lufthansa Airport Express. Die hier eingesetzte Reihe 403 war in den 70ern als VT 11-Nachfolger entwickelt worden, konnte sich aber nicht durchsetzen. Die Rheinstrecke gehörte seit 1957, also von Anfang an zu den Stammstrecken der deutschen TEE-Triebwagen. Die in Frankfurt-Griesheim beheimateten VT 11-5 fuhren Kurse mit so klingenden Namen wie Saphir und Rhein-Main zwischen Frankfurt und Brüssel-Ostende bzw. Amsterdam. Diese beiden Züge erreichten schon 1959 eine Reisegeschwindigkeit von über 90 km pro Stunde. Insgesamt 19 Motor und 48 Zwischenwagen der Reihe VT 11-VM 11 hat die DB für den TEE-Dienst zwischen Mai und November 1957 in Dienst gestellt. Fünf Garnituren werden Ende 1957 planmäßig benötigt. Der Rest ist Reserve oder dient als Verstärkungswagen. Elegant legt sich die VT 11-Einheit in die Kurve. Vor der historischen Kulisse von Oberwesel. Maßstäbe setzte bei der Inbetriebnahme des VT 11 auch die gediegene Inneneinrichtung, die auch heute noch hohen Ansprüchen genügt. Der Main ist erreicht. Die Fahrtroute führt an Frankfurt vorbei in Richtung Spessart, der auf einer langen Rampe bis Heigenbrücken überwunden werden muss. Bei Zugfahrt wird der VT 11 übrigens nur von einem Lokführer gesteuert. Sein Kollege fungiert als Beimann. Was gibt sie? Wie schnell sind wir am Kiffelpunkt? 65, 70. Da könnte hinkommen. Ja. 70. Das war da für den Brecht durchgegangen. Der Scheitelpunkt liegt im Spessart-Tunnel. Von hier erfolgt der Abstieg ins Maintal. Die anstrengende Bergfahrt hat die Kühlwassertemperatur nur wenig beeindruckt. Und so passiert unser Triebzug mit unverminderter Geschwindigkeit die Stadt Gemünden am Main. Die Laufruhe des VT 11 5 ist besonders hervorzuheben. Selbst bei 160 kmh liegt der Zug ausgesprochen ruhig auf den Schienen. An diesen Komfort kommen heutige IC-Wagen bei weitem nicht heran. Bei längerer Höchstbelastung der Maschinenanlagen fällt ein Motor schon mal aus. Für die Behebung der Störung ist dann der zweite mitfahrende Lokführer verantwortlich. Die Alpen sind in Sicht. Bald wird der Zug seinen Endbahnhof Garmisch-Partenkirchen erreicht haben. Zwischen 1969 und 1979 waren die VT 11 5 im Fernschnellverkehr während der Wintersaison planmäßig über Garmisch bis Seefeld in Tirol gekommen. In Garmisch ist ein 810 km langer Durchlauf zu Ende. Gerade solche Langläufe waren einst die Domäne der VT 11 5 Einheiten. Für diesen Einsatz waren sie in den 50er Jahren gebaut worden. Wir drehen nun die Zeit zurück in jene Epoche und zeigen in den folgenden 10 Minuten Bilder vom Bau der dänischen Blitzzüge, deren Konstruktion in vielen Bereichen den deutschen TEE-Triebwagen entspricht. Als die Brücke des kleinen Belds im Jahre 1935 eröffnet wurde, sah Dänemark zum ersten Mal einen Blitzzug. Die roten, schnellen Züge wurden bald sehr populär, aber die Entwicklung ging weiter und die dänischen Staatsbahnen folgten ihr. Die Zeit verlangte neue Blitzzüge und hier wollen wir Ihnen die Geschichte über den Werdegang eines Blitzzuges erzählen. Mehr als 30.000 Zeichnungen waren die Grundlage der Konstruktion des Zuges. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der 4,6 Tonnen schwere Motor schwebt unter der Decke der Halle, um in den Motorwagen eingebaut zu werden. Wie ist nun dieser riesige Motor hergestellt worden? Die Teile der Dieselmotoren müssen genau ineinander passen. Einige Teile sind mit der Genauigkeit eines tausendstel Millimeters konstruiert worden. Die Musik Am Kontrolltisch herrscht immer Spannung, wenn der Motor zum ersten Mal ausprobiert werden soll. Der Fahrmotor erzeugt 1100 PS. Der ganze Zug wird somit von insgesamt 2200 Pferdestärken angetrieben. Der Motor ist der größte Teil der Hauptmaschinen des Zuges und wird im vorderen Teil des Maschinenwagens angebracht. Für die Übertragung der Fahrmotorleistung auf die Räder wird im Transmissionssystem als Hauptteil das modernste hydraulische Schaltgetriebe verwendet. Auch hier wird mit der größten Genauigkeit gearbeitet, die wegen der gestellten Anforderungen notwendig ist. Das Schaltgetriebe wird unter den allergrößten Belastungen geprüft, bevor es in den Zug eingebaut wird. Jetzt ist der Zug so weit, dass er den fertigen Motor aufnehmen kann. Der Motor wird aus einem Zugkündigen auf einem zukünftigen Platz im Zug montiert. Das Schaltgetriebe wird eingebaut, dann wird der Motor mit dem Getriebe gekuppelt. Die Kupplung wird verbunden. Jetzt sind sämtliche direkt antreibenden Teile im Motorraum untergebracht. Die Führerstände des Blitzzuges werden unabhängig montiert. Fertiggestellt werden sie an ihren zukünftigen Plätzen im Zuge angebracht. Jetzt arbeitet man an der Innenausstattung der Wagen. Die Abteile und Großräume werden mit schönen Holzarten bzw. Kunststoffplatten mit Holzcharakter ausgestattet. Das Äußere der Wagen erhält nach und nach die richtige Farbe. Die Fenster werden eingebaut. Sie können wegen der Klimaanlage des Zuges nicht geöffnet werden. Es kann also nicht ziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Währenddessen arbeitet man mit Hochdruck an der Fertigstellung des Speisewagens. Mehrere hundert Dinge müssen in der Küche untergebracht werden, wo jeder Millimeter ausgenutzt wird. Selbstverständlich öffnen und schließen sich die Zwischentüren des Zuges automatisch schon durch einen leichten Druck auf den Handgriff. Und während man im Zuge weiter arbeitet, sehen wir, wie die Räder hergestellt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Norbert und Janne Und Sie können auf Pontifograß Hier treffen sich Rad und Achse zum ersten Mal. Es ist eine Präzisionsarbeit mit einer Höchstabweichung von einem Tausendstel Millimeter. Radpaar nach Radpaar wird bereitgestellt, damit sie jeweils an einem Fahrgestell angebracht werden können. Das Fahrgestell steht nunmehr bereit und wird unter den Wagenkasten gefahren. Und nun erhält der Zug die bekannten drei Buchstaben. Untertitelung des ZDF, 2020 Von den dänischen Blitzzügen zurück zum deutschen VT 11-5. Bei der DB erleben die TEE-Triebwagen ihre letzten Einsatzjahre ab 1980 im Reisebüro Turnusdienst als Alpensee-Express. Nach Einführung des zweiklassigen IC-Systems im Jahre 1979 findet sich somit für die noch lange nicht altersschwachen Triebzüge ein neues Einsatzgebiet. Gleichzeitig erfolgt die Stationierung aller noch verbliebenen VT 11-5 beim BW Hamm. Ein Umlauf des Alpensee-Express führt bis Ende 1986 eine 20-teilige VT 11-Einheit in den Bayerischen Wald nach Zwiesel. Von wo aus dann, getrennt, die kurvenreichen Nebenstrecken nach Bodenmais und Grafenau befahren werden. Kaum einer hätte in den 50er Jahren daran gedacht, dass die eher für den Geschäftsreiseverkehr gedachten TEE-Züge der einst in diese beschauliche Grenzregion im Südosten Deutschlands erholungssuchende Urlauber aus dem Ruhrgebiet bringen würden. Auch die von Plattling nach Zwiesel hinaufführende, eingleisige Hauptbahn dürfte derart elegante Züge selten gesehen haben. Auf der kurvenreichen Nebenbahn von Zwiesel nach Grafenau wirkt der zehnteilige VT 11 in der Tat etwas überdimensioniert. Als Kuriosum sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass der Alpensee-Express im Sommer 1983 aus fahrplantechnischen Gründen an den jeweiligen Verkehrstagen auf der Nachbarstrecke nach Bodenmais im Plan eines normalen Nahverkehrszuges fuhr und diesen ersetzte. Es konnte somit jedermann, zum Beispiel von Außenried nach Bodenmais, mit dem großen Triebzug fahren. Und das ohne TEE-Zuschlag. Die Ferien sind zu Ende. Für die Rückreise nach Dortmund steht der imposante Triebzug im malerischen Grafenau bereit. Dieser komfortable Touristikverkehr mit derartig hochwertigen Fahrzeugen kommt bei den Fahrgästen ausgezeichnet an. Die DB hatte allerdings schon Mitte der 80er Jahre kein sonderliches Interesse mehr, diese aufwendigen VT 11 Einheiten weiter zu unterhalten. Die Bundesbahn gab an, dass der Turnusverkehr nur Defizit einfahre. In Anbetracht der vielen und langen Leerfahrten mag das gestimmt haben, aber vielleicht hätte die DB auch den Fahrplan besser organisieren können. Der Alpensee-Express wird gleich in Richtung Norden starten. Knapp zehn Stunden Fahrzeit sind bis dort nun vorgesehen. Knapp zehn Stunden Fahrzeugen Knapp zehn Stunden Fahrzeugen Nach etwa einer Stunde ist Zwiesel erreicht. Hier muss der aus Grafenau kommende VT 11 auf die Garnitur aus Bodenmais warten. Knapp zehn Stunden Fahrzeugen Knapp zehn Stunden Fahrzeugen Knapp zehn Stunden Fahrzeugen nachitect den versch Hatern Nikki Knapp zehn Stunden Fahrzeugen Knapp zehn Stunden Fahrzeugen Muchas Knapp zehn Stunden Knapp zehn Stunden Fahrzeugen In Zwiesel werden die beiden Garnituren vereinigt, damit sie gemeinsam ihre Fahrt fortsetzen können. Da die Triebköpfe automatische Scharfenbergkupplungen besitzen, geht der Kupplungsvorgang äußerst unkompliziert vonstatten. Über zahlreiche Kunstbauten führt die Strecke vom Bayerischen Wald hinab ins Donautal. Musik Wir machen einen Sprung ins romantische Altmühltal nach Dollenstein. Dort sind die VTF 5 im Turnusverkehr bis zu ihrem 1988 verfügten endgültigen Einsatzende regelmäßig Gäste, oft als 20-teilige Garnitur. Musik In jener Zeit bevölkerten aber noch weitere seltene Lokomotivexemplare das Altmühltal. Die Deutschen Krokodile der Baureihe E-94. Im Turnusverkehr erlebten die VT-11-Züge übrigens nochmals eine kurze Blütezeit. Jeder Triebkopf legt zum Beispiel 1981 im Jahresdurchschnitt gut 87.000 Kilometer zurück. Dabei werden Monatsspitzenleistungen von bis zu 25.000 Kilometer erbracht. Die Baureihe VT-11-5 oder in der Computersprache 601 gehört damals zu den bestausgelasteten DB-Triebfahrzeugen. Diese hohe Belastung erfordert unter anderem hin und wieder einen Wechsel des Hilfsdiesels samt Generator, der im Heimat-BW Hamm vorgenommen wird. Für den Tausch dieses Hauptbauteils muss zunächst der Triebkopf vom übrigen Zug getrennt werden. Für die Trennung der scharfen Berg-Mittel-Pufferkupplung, mit der auch die Luft und die elektrischen Steuerleitungen verbunden werden, ist ein spezielles Werkzeug vorhanden. Der Triebkopf ist entkuppelt, nun kann er in Richtung Werkstatthalle rollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Während der Motorwagen in die Halle rollt, beschäftigt sich der zuständige Ausbesserungswerkmeister mit dem Störungsbuch dieses Fahrzeugs. Den haben die hier gehabt, der ist hier abgestellten, weißt du das noch? Der stellte doch von selber ab. Das haben die hier festgestellt? Der Motor stellte den nicht ab. Und das ist ja nichts. Der Motor stellte ab und dann haben wir festgestellt, dass der Schwergang hat. Weiß ich wohl? Die, die stellt ohne Grund ab. Die haben so einen Auftrag zu verschreiben. Mal sehen, was er ist. In der Halle sind alle Vorbereitungen zum Motorentausch bereits getroffen. Für diese Arbeiten sind etwa zwei Tage vorgesehen. Am neuen Motor werden die letzten Anbauteile angebracht. Dann ist der Maschinenrahmen samt Motoranlage und Generator fertig zum Einbau. Dann ist der Maschinenrahmen. Das Einbringen der Anlage in den Triebkopf geschieht durch eine entsprechende Öffnung im Dach. Die engen Platzverhältnisse erfordern Millimeterarbeit. Die Arbeit ist beendet. Der Triebkopf rollt aus der Halle. Nun kann er wieder mit dem Rest der zehnteiligen Einheit gekuppelt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 des ZDF für funk, 2017 bis zum Smartphone des ZDF für funk, 2017 Die Scharfenbergkupplung ist verriegelt. Die Übergänge werden mit Gummitüchern umrissgleich mit den Wagenkästen verdeckt, wobei im Inneren noch zusätzlich Vorhänge die Übergänge verdecken. Nun kann die gesamte zehnteilige Einheit wieder in den schweren Turnusdienst des Alpensee-Express zurückkehren. Die Alpensee-Express-Züge verkehren übrigens nicht nur im Sommer. Während der Wintersport-Saison werden ausgewählte Ferienorte in den Alpen angefahren, wobei die Anreise aus dem Ruhrgebiet zunächst über die Rheinstrecke führt. Musik Es wird hier durch der VD-701-Halpensee-Express auf der Fahrt von Nordlingen-Zottien-Züge. Als Lektörerin reden wir den Eisenbahnkurier. Musik 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 Der Alpensee-Express donnert auf der Fahrt nach Oberstdorf kurzfristig. Musik 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 Immenstadt im Allgäu. Gleich wird der Alpensee-Express aus Dortmund einrollen, um Kopf zu machen und seine Fahrt dann in Richtung Sonthofen-Oberstdorf fortzusetzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein weiteres Winterziel des Alpensee-Express heißt Traunstein in den Bayerischen Alpen. Traunstein gehörte übrigens zu den letzten Urlaubszielen, die bis 1988 von den VT11 angefahren wurden. Untertitelung des ZDF, 2020 Der an den Ausfahrsignalen von Fischbach bei Rosenheim vorbeidonnert. Geislingen an der gleichnamigen Steige. Ein zehnteiliger VT11 fährt zügig die Rampe herauf und begegnet einer E94, die hier im Schubdienst eingesetzt wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Herz hat eine E98-foot miliönen Schuze, die hier im Schubdienst hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Ostern 1988, Sonderfahrt des DER-Reisebüros mit einer Genitur dieser stolzen Baureihe im Passionsspielort. Der Zug erregt in Oberammergau großes Aufsehen. Ob jedoch der Bahnpolizist samt Hund zur Bewachung des Zuges gekommen ist, kann nicht geklärt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Rückfahrt führt auf Umwegen über Garmisch, Fronten, Kempten nach München zurück. Bei Leermoos passiert der VT-11 die mächtige Zugspitze. Mit der Aufgabe des VT-11 geführten Alpensee-Expressdienstes endet 1988 die über 30-jährige Geschichte der ehemaligen deutschen TEE-Triebwagen. Nur eine Garnitur wird von der DB als betriebsfähiges Museumsstück erhalten. Die restlichen noch verfügbaren Einheiten gehen an einen Schweizer Geschäftsmann, der die Züge in Italien aufarbeiten lässt. Bis zum Frühjahr 1991 hat sich jedoch für diese modernisierten VT-11-Triebzüge noch kein Käufer gefunden. Spektakulär ist aber der im Sommer 1990 erfolgte VT-11-Einsatz als Intercity Max Liebermann zwischen Berlin und Hamburg. Applaus Applaus Die Deutsche Reichsbahn will nach der Währungs- und Wirtschaftsunion möglichst schnell eine attraktive Verbindung einrichten, die auf den Spuren des fliegenden Hamburgers, die beiden Großstädte Berlin und Hamburg, enger zusammenrücken lässt. Die DR greift ein Angebot jener Schweizer Firma auf, die einige Jahre zuvor von der DB die überflüssig gewordenen VT-11-Einheiten gekauft hatte. So steht ab 1. August 1990 eine zehnteilige Garnitur Mietweise für das tägliche Zugpaar IC 130-139 zur Verfügung. Der IC 130 läuft in den Hamburger Hauptbahnhof ein. Mit einer Fahrzeit von 4 Stunden und 15 Minuten braucht Max Liebermann allerdings fast 2 Stunden länger als der fliegende Hamburger vor dem Krieg. Das ist aber eher auf die schlechten Gleisanlagen in der DDR, als auf den nach wie vor keineswegs altersschwachen VT-11 zurückzuführen. Und dann habe ich mal versucht. Settelberg wurde als der bändere Jungen langskwegs geht. Eine neue VT-11-Epoche bricht in Deutschland trotz seiner guten Auslastung des IC Max Liebermann nicht an. Ab 30. September 1990 übernimmt eine lockbespannte Garnitur dieses Zugpaar. Die durchaus nach heutigen Ansprüchen genügende VT-11-Garnitur wird wieder nach Italien zurückgeschickt. Einmal läuft der Mietvertrag aus, von technischen Problemen ist die Rede und es scheint, dass die DB von ihr einmal ausgemusterte Fahrzeuge nicht mehr auf ihren Gleisen sehen will. Das ist unsere schnelllebige Zeit. Einst als zukunftsweisendes Schienenverkehrsmittel gefeiert, gehören die VT-11, in Deutschland zumindest, bereits zu den Oldtimern. Es bleibt aber zu hoffen, dass andere Bahnverwaltungen den verbliebenen Einheiten zu neuen Einsätzen verhelfen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017